Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zur Champions-League-Prognose. Denn das Achtelfinale steht vor der Tür. Am Dienstag und Mittwoch sind die ersten Hinspiele, unter anderem eben auch mit dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. Nächste Woche haben wir dann auch noch acht Spiele und die sehen wir auf der rechten Seite. Da gibt es nochmal ein extra Video zu. Heute konzentrieren wir uns auf die ersten vier Achtelfinalpartien. Und die lauten der AC Mailand gegen die Tottenham Hotspurs, Paris Saint-Germain gegen die Bayern, was sicherlich ein absolutes Top-Duell werden wird, Klub Brüge gegen Benfica Lissabon und dann auch noch Borussia Dortmund gegen den FC Chelsea. Die vier Spiele haben wir hier und heute im Fokus und nun gehen wir rein in meine Prognose und Vorschau. Ganz kurz zur Erklärung des Turnierbaums. Selbst natürlich ist in der Champions League es so, dass jede Runde neu gelost wird. Sprich, wenn zum Beispiel Milan und Bayern weiter kämen, spielen sie nicht automatisch gegeneinander. Bevor das zur Verführung sorgt, ab den nächsten Runden sieht man eben dann aber eben noch die vorherigen. Nur kurz zur Erklärung, damit wir da alle auf dem gleichen Stand sind. Also, legen wir los mit dem ersten Achtelfinale am Dienstagabend um 21 Uhr empfängt der AC Mailand Tottenham. Milan hat ja eine gute Gruppenphase gespielt, war ja am Ende Gruppenzweiter hinter dem FC Chelsea und war sicherlich mit der Ausbeute durchaus zufrieden. Auch Tottenham hatte keine so einfache Gruppe. Am Ende ist man in der Frankfurt-Gruppe Erster geworden mit einem Punkt Vorsprung auf die SGE. Das war eine gute Gruppenphase. Es war aber auch wirklich eine sehr, sehr enge Gruppe. Und das war sicherlich auch durchaus bei beiden so. Wenn man dann mal darauf guckt, wie die beiden Mannschaften in der Liga so dastehen, sehen wir in Italien Milan auf Tabellenplatz 5. Das ist etwas enttäuschend. Und Napoli auf Platz 1 ist ja generell in Italien extrem weit weg. Dahinter haben wir dann sehr eng beieinander Inter, Atalanta, die Roma, AC Milan und eben auch Lazio. Und da ist ein enger Kampf um die Champions League. Aber trotzdem in Summe kann man sagen, Milan hatte zumindest schon mal eine etwas bessere Phase. Also auch die letzten Ergebnisse waren jetzt nicht ganz so zufriedenstellend. Bei Tottenham läuft es ganz gut. In der Premier League ist man Tabellenfünfter, Newcastle auf Platz 4 ist jetzt nicht ganz so weit weg. Aber sicherlich auch dort ist man jetzt noch nicht hundertprozentig zufrieden mit dem, wie die Saison bislang so verlaufen ist. Trotzdem ist für mich im Gesamtkonstrukt, im Gesamtkomplex, die Tottenham Hotspurs der Favorit. Und ich glaube, dass sie das Hinspiel auch für sich entscheiden werden. Meine Prognose ist hier ein 2 zu 1 Auswärtssieg. Und nun blicken wir auf das Spiel, was sicherlich aus neutraler Sicht die meisten Zuschauer von dem Fernseher lockt. Und das lautet Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern München. Es ist ein Duell, welches wir in der Champions League in den letzten Jahren einige Male hatten. Es war ja auch das Finale 2020. Es war auch ein Duell danach in der Saison, wo eben dann PSG die Bayern rausgeschmissen hat. Es ist ein Spiel mit besonderer Bedeutung und natürlich zwei Vereinen, die durchaus den klaren Anspruch auch haben, den Henkelpott zu gewinnen. Paris hatte ja eine Gruppenphase, die alles andere als einfach war. Man ist zwar in Summe souverän weitergekommen mit Tabellenplatz 2 und 11 Punkten Vorsprung auf den Dritten. Aber man war eben nur Zweiter hinter Benfica, Lissabon und ich glaube schon, dass das durchaus enttäuschend war für PSG, eben nur Gruppenzweiter zu werden. Jetzt geht es gegen die Bayern, die damit auch logischerweise Erster geworden sind. Wir haben ja hier immer einen Zweitplatzierten gegen einen Erstplatzierten. Und Bayern hat ja wirklich eine Top-Gruppenphase gespielt. Sechs Spiele, sechs Siege, 18 Punkte geholt. Inter ist ja mit Bayern weitergekommen. Den FC Barcelona hat es ja dort komplett erwischt. Sprich, auch die Bayern hatten keine einfache Gruppe, sind aber trotzdem mit der vollen Punktzahl weitergekommen. Trotzdem gibt es am FCB einige Diskussionen. Es gab jetzt viel Wirbel um Manuel Neuer. Es gab auch sehr viel Wirbel um die sportlichen Leistungen durch die drei 1 zu 1 zu Beginn des Jahres. Dann hat man das Spiel in Wolfsburg gewonnen. Es gab den Erfolg im DFB-Pokal gegen die Mainzer und jetzt am Wochenende 13-0-Sieg gegen Bochum. Sprich, vom Gefühl her kann man auf jeden Fall sagen, dass Bayern zur richtigen Zeit wieder leistungsmäßig sich gesteigert hat. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass die Bayern an sich noch nicht komplett bereit sind für ein so großes Spiel. Das Gute ist aber, dass man jetzt auf eine Pariser Mannschaft trifft, die sicherlich auch schon mal deutlich besser drauf war. PSG ist zwar in Frankreich Tabellenführer, hat auch dort fünf Punkte Vorsprung auf Olympique Marseille. Das läuft alles gut, aber die letzten Spiele waren ergebnistechnisch noch unsouveräner als vielleicht mal zuvor bei den Bayern. Und da muss man dann auf jeden Fall schon sagen, dass Paris Probleme hat. Auch dort gibt es interne Diskussionen, Krach in der Kabine, viel Durcheinander mit Mbappé, Neymar und Co. Also das kann dann sicherlich schon ganz gut sein, dass die Bayern auch jetzt auf PSG treffen, weil ich glaube schon, dass sie jetzt auch erst recht schlagbar sind, bedingt durch die hohe Qualität der Bayern. Und deswegen sage ich hier, werden die Münchner das Hinspiel knapp mit 1 zu 0 gewinnen. Und wir machen weiter am Mittwochabend, denn dort empfängt Club Brügge Benfica Lissabon. Und wenn wir über ein Champions-League-Achtelfinale reden, sind das sicherlich zwei Mannschaften, die dann doch schon eher überraschen. Klar, Benfica ist eine Top-Mannschaft in Portugal. Das war schon seit Jahren. Haben ja auch schon immer mal wieder ums Achtelfinale gespielt. Aber viel mehr der letzten Jahre dann auch nicht. Und Club Brügge ist ja ohnehin eine Überraschung. Die sind ja als Zwei-Polzitter weitergekommen hinter dem FC Porto. Das war ja die Leverkusen-Gruppe, wo er am Ende sogar Atletico Madrid Vierter geworden ist. Und das zeigt ja nochmal mehr, wie gut einfach dort Brügge gespielt hat. Benfica, hatten wir ja vorhin schon mal kurz angerissen, war in der PSG-Gruppe. Hat dort Juventus Turin komplett weggeballert und ganz weit hinter sich gelassen. Maccabi Haifa hatte genauso wie Juve auch drei Punkte auf dem Konto. Und Benfica ist ja sogar vor PSG weitergekommen als Erstplatzierter. Das ist eine tolle Leistung vom Team von Roger Schmidt. Rein ligatechnisch haben wir dann auch schon durchaus verkehrte Welten. Benfica wurde ja letztes Jahr nicht Meister, ist aber jetzt aktuell wieder auf einem sehr, sehr guten Weg als Tabellenerster. Fünf-Punkte-Vorsprung auf den FC Porto. Auch das Spiel am letzten Spieltag konnte man gewinnen mit 2 zu 0. Ja und in Belgien bei Club Brügge ist es ein bisschen anders. Denn die waren ja im vergangenen Jahr Meister geworden, sind aber aktuell nur Tabellenvierter. Und haben schon jetzt satte 20 Punkte Rückstand auf den KRC Genk. Diesen aktuell nämlich Tabellenführer in Belgien. Auch am letzten Wochenende gab es nur ein Unentschieden. Deswegen ist für mich auch rein vormäßig Benfica Lissabon klar favorisiert. Denke aber ohnehin, dass sie von der individuellen Qualität, auch von der internationalen Erfahrung einfach weiter und reifer sind. Und gehe deswegen auch von einem Sieg der Portugiesen aus und sage, hier gibt es ein 2 zu 0 Auswärtserfolg. Und dann haben wir noch zu guter Letzt bei dem ersten Teil der Achtelfinalpartien, dem BVB. Borussia Dortmund empfängt am Mittwochabend um 21 Uhr den FC Chelsea. Und das ist sicherlich ein Spiel, was für den BVB vom Timing her genau richtig kommt. Denn Dortmund ist da. Der BVB hat alle Pflichtspiele im neuen Jahr gewinnen können. Am Wochenende gab es noch den 2 zu 0 Erfolg gegen Werder Bremen. In der Champions League ist es ja auch wirklich gut gelaufen. Man ist am Ende in der Gruppe mit Manchester City Zweiter geworden, was sicherlich vollkommen in Ordnung und sogar sehr, sehr gut war mit neun Punkten. Da war man auf jeden Fall sehr zufrieden mit. Und nun trifft man auf den FC Chelsea. Und wenn man nur auf die Champions League blickt, dann kann man sicherlich sagen, Dortmund ist als Zweiter weitergekommen. Chelsea als Erster mit einer guten Ausbeute von 13 Punkten vor dem AC Milan, vor Salzburg, vor Zagreb. Da müsste Chelsea eigentlich favorisiert sein. Wenn wir aber dann mal in die Premier League schauen, muss man in der Tabelle schon relativ weit scrollen, bis man den FC Chelsea findet. Denn die Londoner sind aktuell nur Tabellenneunter. Die Champions League ist Stand jetzt schon satte 10 Punkte weg. Und das ist natürlich eine mega Enttäuschung. Bei Chelsea läuft es auch nach der Entlassung von Thomas Tuchel alles andere als rund. Und deswegen ist für mich wirklich die Sache klar. Der BVB hat jetzt in diesem Spiel, in diesem Hinspiel eine unglaublich große Chance, sich eine gute Ausgangslage zu erarbeiten. Dortmund hat eine breite Brust, hat Selbstvertrauen, der Start ins neue Jahr ist unglaublich gut gelungen. Und all das ist halt bei Chelsea aktuell nicht der Fall. Und ich muss dir wirklich sagen, es wäre komplett komisch oder vielleicht auch wiederum typisch, aber es wäre schon fahrlässig vom BVB, diese Ausgangslage nicht für sich zu nutzen. Man hat eine sehr reelle Chance, ins Viertelfinale der Champions League einzuziehen, weil man, auch wenn man nur in Anführungszeichen Zweiter geworden ist, mit Chelsea vielleicht den besten Gegnerstand jetzt von der Formkurve erwischt hat. Den besten im Sinne von den schlagbarsten. Auch wenn natürlich klar ist, Chelsea hat so eine starke Truppe. Wir haben natürlich auch erst recht Bock auf so ein Champions League Achtelfinale. Das wird sicherlich von der Leistung her deutlich besser laufen als auch in der Premier League. Aber trotzdem, Dortmund ist für mich hier favorisiert. Das müssen sie zeigen und ich glaube, dass sie wirklich diese Erfolgswelle mitnehmen. Chelsea schlagen, auch wenn es nur knapp ist. Mit meinem Tipp, mit meinem 2 zu 1 Prognosenvorschautipp hier für den BVB. Aber ich denke mal, das wäre schon mal eine gute Ausgangslage. Und genau das sollte aber auch tatsächlich der klare Anspruch des BVBs sein. Nächste Woche Montag blicken wir dann noch auf die weiteren vier Partien. Mit Liverpool gegen Real Madrid, Frankfurt gegen Neapel, Inter Mailand gegen Porto, sowie Erbe Leipzig gegen Manchester City. Habe ich ganz bewusst zweigeteilt, weil es meiner Meinung nach einfach mehr Sinn ergibt, da nochmal konkret auf die vier Partien zu schauen. Wenn wir auch nochmal rein spieltagsmäßig in den Ligen eine Woche weiter sind. Und deswegen heute ganz kompakt der Blick auf die ersten vier Partien, die uns am Dienstag und Mittwoch erwarten. Ihr könnt mal sehr, sehr gerne eure Meinung zu meinen Tipps und eure Tipps in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal.